Was haben wir heute? Dienstag. In jeder Dienstagnacht kehrt sein Geist hier in die große Krabbe zurück, um schreckliche Rache zu nehmen. Ja, aber heute Nacht ist Dienstagnacht. Dann wird er bald kommen. Und wie merken wir das? Es gibt drei Anzeichen für die Ankunft des hackfleischhassenden Saragas. Zuerst fangen alle Lichter hier an zu flackern und dann... Hey, kriege ich mal Ketchup? Hier bitte.